Hallo ihr da draußen, ihr meldet sich wieder das Kupferdechle, heute live 7 und wir sind heute im Kellerbereich vom Kupferdechle und auch hier haben wir kreative Räume. Einer davon ist unser Fotolabor und im Fotolabor wird heute eine ganz besondere Fotosession vorbereitet von unseren Freiwilligen. Da wollen wir doch einfach mal Mäuschen spielen, was da so abgeht. Komm doch mal mit rein. Das war die Fotosession jetzt sehr spannend, sehr aufregend. und sehr lustig. Ihr könnt euch dann hoffentlich bald auch mal hier bei der Fotogruppe bewerben, wenn ihr Teil dieses Fotolabors sein wollt. Ansonsten wollten wir euch heute noch einen Tipp geben und zwar auf unserem YouTube-Kanal sind mittlerweile alle Live-Videos, die wir bisher gedreht haben, dort aufgenommen. Falls ihr irgendeines versäumt habt oder irgendeines noch mal sehen wollt, geht auf den YouTube-Kanal. Dort könnt ihr sie alle haben, einschließlich das von heute natürlich. Okay, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.